WIAT ist zurück! WIAT ATTACK! Nicht immer, ja, aber mitunter ist das schon vorgekommen und selbst da waren ja aber Leute unzufrieden mit der Kommunikation, aber die letzte Mail, die ich an Chucklefish geschrieben habe, da ging es um andere Plattformen wie Twitch und so weiter, ob sie damit auch einverstanden sind, dass man die USA hochlädt oder dass man das Spiel streamt. Ich meine, generell bin ich mir da 100% sicher, dass Chucklefish nichts dagegen haben, aber es wäre halt gut gewesen, eine offizielle Mail zu haben und da ist keine gekommen, leider. Klar, die haben auch anderes zu tun, aber schön wäre es gewesen. Und es ist ja jetzt nicht mehr so klar, ich bin ein saukleiner YouTuber, wenn man es jetzt international sieht. Auf deutscher, nationaler Ebene, klar, ich bin kein Kronk, das auf keinen Fall. Aber immerhin, ich habe so eine gewisse Stammzuschauerschaft und bin auch natürlich sehr dankbar dafür. Hätte ich jetzt gar keine Zuschauer, der hätte mich vielleicht damals gerissen, wie YouTube gesagt hat, ja, nee, du bist kein Partner mehr. Ja, aber was soll ich noch groß sagen? Ich bin immer noch hier und bin auch noch am Weiterentwickeln. Ich überlege gerade, wie mache ich das? Das setze ich hier unten ein, ja. Nee, also danke euch, liebe Zuschauer, dass ihr auch immer noch reinguckt, auch an die, die zufällig nur mal hier vorbeigucken. Hey, da habe ich auch nichts dagegen. Und wenn es euch gefällt, super, danke. Ich freue mich über jede Unterstützung. Im Moment schaue ich ja, ob das dann vielleicht mal was wird als Twitch-Partner. Aber ja, da muss ich dann halt auch wieder gucken, wie das alles dann so rein rechtlich aussieht und so. Ist im Moment noch Zukunftsmusik. Ich brauche eh noch Follower auf Twitch. Also, falls ihr hier auf YouTube gerne mal reinguckt und vielleicht ab und zu auch mal auf Twitch seid. Oh, Ixodom-Hüften sind ziemlich breit, ne? Reiterhusen oder was? Ähm, ja, also, falls ihr auch ab und zu mal auf Twitch seid, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch auf Twitch einen kleinen Follow da lassen würdet. Ich will keinen dazu zwingen, nee, also das auf jeden Fall nicht. Aber es würde mich halt freuen, ne? Also, da wäre ich extrem dankbar, weil ich dann auch mit Twitch das halt mal so ein bisschen, weil ich überhaupt erst mal in Kontakt treten würde. Beziehungsweise, ich glaube, die treten ja automatisch. Ich weiß nicht, ob das ein automatisiertes System ist oder nicht. Eigentlich treten die ja mit einem in Kontakt, wenn man dann ja Voraussetzungen erfüllt. Sprich, an sieben unterschiedlichen Tagen im Monat gestreamt und mindestens acht Stunden im Monat oder sowas, ne? Da müsste ich halt auch mal ein paar kurze In-Between-Streams oder so machen. Ich weiß nicht, da muss ich mir noch was überlegen, damit ich die Zeit auf jeden Fall zusammenkriege. Weil ich will ja dennoch meine ganzen Folgen auch auf YouTube erscheinen lassen. Scheiße, jetzt brennen, ne? Ich meine, wir wussten ja schon immer, White ist ein heißer Typ, ne? Aber so heiß, naja. Ne, also ich will auch die YouTube-Sache, beziehungsweise die bearbeitenden Videos, das will ich einfach dabei haben. Da bin ich mir hundert Prozent sicher. Denn nur da kann ich auch nachträglich dann noch so wunderschönen Unsinn mit anstellen, ne? Einfach ein paar kleine, bescheuerte Cutscenes einbauen oder ein paar Bild-Effekte. Einfach irgendwas Dummes reinschneiden oder so. Oder eine Erläuterung dazu abliefern, was ich halt live dann mitunter manchmal vergesse. Oder halt diese ganzen Bonbons. Ja, Bon-Mods, nicht Bonbons, die mir dann halt noch einfallen im Nachhinein, ne? Wenn ich dann vor dem Video sitze und das bearbeite, dann, ey, Moment, das wäre doch lustig. Oder, ey, Moment, das hast du gerade eben ziemlich blöd erklärt oder so, ne? Das ist halt einfach mein Ding und das will ich unbedingt weiter dabei haben. Für mich persönlich. Ich hoffe, ihr habt damit auch ein bisschen Spaß. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ah, ah, da ist ein Fossil. Dann müssen wir erst hier dieses. In Zukunft wird es ein Fossil sein wegkriegen, ja? Ja, wo der Weih jetzt hinhaut, da bleibt nicht viel übrig, ne? Hallo da oben. Ähm. Ah, boah, das war knapp. Das kann aber auch in einem Winkel schießen, wie Ziegen eine Wand hochlaufen können, ne? Ziegen können ja fast senkrechte Wände hochgehen, weil die Hufe ja irgendwie so eine Struktur haben, dass sich da die kleinsten Sachen ineinander verkeilen. Und das ist ja dann fast so ähnlich wie bei Flügen und Spinnen, oder? Oder sehe ich das falsch? Oder denken wir an einen Klettverschluss hier? Das ist einfach zu hart, was manche Ziegen können. Also, ich glaube, wenn ich als Mensch da an so einer Wand stehen würde, ich würde anfangen zu kotzen, weil ich müsste, oh Gott, gleich falle ich runter, ne? Aber die Ziege so, ja, ist ja nichts anderes wie das, was ich eh schon die ganze Zeit mache, ne? Wände hochlaufen, ja. Warum kann das die Ziege im Goat Simulator dann eigentlich nicht? Das sind spezielle Ziegen. Also, wie ist das so? Ich weiß nicht. Weiß, dass jemand von euch, ob das nur spezielle Ziegenarten sind, die so gut klettern können? Das wäre mal interessant. Die südandennische Kletterziege. Ähm, so. Gott, wir haben ja schon fünf Pinsel dann jetzt verbraucht, wenn wir hier fertig sind. Wow. Ich fand's auch komisch, äh, vorhin, als ich die erste Pause gemacht hab zum Ablegen, ne? War auch schon eine Stunde rum und im Moment, die Zeit vergeht wieder so rasend schnell für mich. Also, ich hab davon gar nichts bemerkt. Ich glaube, das war schlecht, das jetzt so rauszuhauen. Äh, ja, ich komm nicht mehr hin. Guck, jetzt hab ich nämlich nur noch eins und, ja. Weil hier geht's dann kaputt. Ja, komm, da war eh nichts mehr zu machen. Oh mein Gott, das passiert. Aber auch nur, weil du mal wieder anweißen und gibst wie so ein verfickter Hornox, der in Dixie-Clothes mit seinen Haaren anstecken bleibt. Äh, bitteschön, den Pinsel und so und den Meißel, den schwingst dann immer noch du, ne? Hör auf, das Wort schwingen so zu betonen, das ist übel. Ach, wie war das? Für irgendwas brauchte man doch auch die Core-Fragments wieder. Ich hab's bloß vergessen, für was? War das nicht auch für irgendein Mech-Upgrade? Mech-Upgrade ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ah, ich werde, glaube ich, gleich mal wieder nach oben reisen. Werd dann mal gucken, ob unsere Tiere schon geschlüpft sind. Wahrscheinlich sind sie das. Dann können wir sie vielleicht auch schon einmal abernten. Das klingt jetzt komisch, aber ihr wisst, wie ich's meine, ne? Die Guts abholen. Auf einem Strom von Milch ins Universum reiten. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich den Mech ein bisschen Gassi führen. Es müsste ja ein paar neue Schiffe da oben geben. Geh ich mal davon aus. Ach, ja, ist das schön, den Meta-Manipulator wieder in Schritt aufgerüstet. Oh, herrlich, herrlich. Wir können bauen wie ein Bull, derzeit ein Bull, derzeit baut nicht, der dotzt. Ja, stimmt. Der Walzt glatt, ne? Ja, ich meine, muss man ja auch, wenn man hier so Straßen bauen will und so. Aber weit will er keine Straßen bauen. Richtig. Wenn, dann baue ich hier nur so einen Unterstand für den Pony Express. Äh, aber Pony Express ist für interstellaren Briefverkehr ist das nicht so geeignet. Hey, wenn du ein Roboterpferd hast schon. Gar nicht mal so dumm war jetzt. So ein Weltraum-Roboterpferd, ne? Mit Düse hinten unter dem Schwanz. Das könnte dann auch Weltraumkutschen ziehen. Oh, 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 oh. Oh, ein Diamant, der muss mit. Es ist da nur einer, aber es ist ein Diamant. Und Gold hängt auch gleich noch mit dabei. Gut. So, und das Gold hier im Hintergrund nehmen wir auch noch mit. Sehe ich da etwa noch zwei Diamanten da drüben? Ja, cool. Das dauert zwar ein bisschen, bis wir hier durch den Blasterstone durch sind. Aber, ja, komm, aber wir haben ja wenigstens den Meta-Minipulator weit genug aufgerüstet, dass das jetzt nicht allzu weh tut. Warum muss ich spontan dran denken? Wie der Massaker-Dommy, ne? Wie der mich damals dann immer so freundlich dazu überredet hat. Komm, lass uns was bei Minecraft bauen. Komm, wir bauen was bei Minecraft. Das erinnert mich dran, dass ich irgendwann auch mal den Server upgraden wollte, ne? Also immer wieder auf die neueste Version und so. Aber das ist immer so ein Gefrickel, bis alles läuft und dann alle Plugins wieder funktionieren. Und manche Plugins gibt's dann nicht mehr und so. Und dann hast du es gerade wieder upgedatet und dann kommt Microsoft mit der nächsten Version, ne? Weil, ähm, Minecraft ist ja jetzt Microsoft, ne? Für 2, irgendwas Billionen gekauft. Also der Notch, der muss nie wieder... Da müssen wahrscheinlich die nächsten 20 Generationen, müssen nie wieder was arbeiten in ihrem Leben, ne? 20 Toiletten im Haus, ne? Die können jeden Tag mehrfach scheißen gehen, ohne ein Klo zweimal zu sehen. Ich mein, ähm, ich würd' ja vielleicht dann auch sowas ähnliches machen, ähm, wie ich's ja früher schon mal gesagt hab. Äh, wenn ich jetzt ultra reich wär oder so, ne? Ich glaub, ich würd' mir trotzdem mal noch alles Mögliche, alle möglichen Berufe oder so ein bisschen angucken. Aber, ja, keine Ahnung, Praktikum, Ferienjob, äh, ne richtige Lehre weiß ich nicht. Über gucken, ne? Aber halt einfach sich mal umgucken, mal noch ein bisschen den Horizont erweitern und so. Weil da hast du doch dann theoretisch alle Freiheiten... Na, wir haben wieder so viele Hämmer, dann versuch ich das jetzt erst mal so wieder aufzutröseln. 15 Knochenteile. Eins fehlt. Komm, das geht doch locker auf, das geht doch locker auf. Außer es ist hier. Aber ich schätze, es ist da, weil... Genau, hier muss ein Verbindungsstück sein. Jawohl. Jawohl, jawohl. Weiter Leichenschänder. Hey, das will ich überhört haben. Unidentified Skull, oh, den hab ich gestern auch bei dem anderen Spielstand gefunden. Also, den Unidentified Body hatte ich in der Zeit dreimal und den T-Rex hatte ich sogar zweimal komplett. Sollen wir nicht glauben, ne? Okay, ich will ja ein bisschen weiter nach oben kommen. Schieß mal das Äffchen da ab. Wie hat das... Wie hat mich das über die Entfernung gesehen? Ist bestimmt dieser blöde Vielmann dran schuld. Aber zu blöd, hier hochzuhüpfen, ne? Ach, da waren die Augen besser wie das Gehirn oder so, ne? Ist, glaub ich, beim Beid bestimmt auch so. Heute battelst du aber am einen in die Fresse, ne? Äh, okay. Also, auf nach oben. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch irgendein Fossil. Und damit meine ich nicht die Opa aus der Rettnerwohneinheit. Denn Pinsel haben wir noch ein paar dabei. Oh. Oh. Vielleicht sind da wieder Diamanten herinnen. Oh, Nanowrap Bandage ist sehr gut. Können wir später sehr gut gebrauchen zum Hallen herkommen. Eine Nylon-Gitarre. Oh, ich mag das eigentlich nicht, wenn... Das ist halt so eine klassische Gitarre, ne? Aber Nylon-Seiten, oh, ich find's so schrecklich. Die silberumwickelten Nylon-Seiten, die gehen. Die gehen. Aber ansonsten, ich brauch da was Richtiges. Ich brauch da, äh, so dieses, äh, Nickel-Plated-Steel oder sowas, ne? Und, ja. Bronze-umwickeltes Zeug. Weißt du, für mich gehört da ein richtiges Metall dran, ne? Und nicht Nylon. Ich mag den kräftigen, durchsetzungsfähigen Sound. Ich mein, ähm, es liegt aber auch an meinen Anforderungen, muss ich sagen. Weil, äh, ich spiel ja meistens, ähm, mit meiner Gitarrenmusik, ne? Äh, da spiel ich ja meistens mit nicht mehr als zwei anderen Gitarristen, ne? Und, ähm, da ist es okay, wenn man halt so was Durchsetzungsfähiges hat, ne? Jetzt für so ein Orchester würde ich sagen, okay, ist für die Soundgestaltung und so weiter, der ist vielleicht eine Nylon-Gitarre wirklich von Vorteil. Behaupte ich jetzt mal, durch das, was ich halt so von ein bisschen von Tontechnik und so weiß, ne? Oder zu wissen glaube, ne? Bekanntlicherweise lernt man ja da auch nie aus. Aber so halt, ähm, klar, ich bin halt so der typische Meddler und so ein bisschen, äh, Folkrock-Hörer und so, ne? Und da ist es halt gut, wenn du einen durchsetzungsfähigen Sound hast, ne? Der auch mit den anderen Instrumenten mithalten kann und so, ne? Oder der auch vielleicht allgemein ein bisschen hervorsticht, äh, ich mein, hast du schon mal Metal gehört, wo die Gitarre total im Hintergrund ist? Lässt sich bestimmt auch irgendwie machen, aber ja. Oh, Mann, wie war das? Man verliert in der Challenge-Store nichts mehr, wenn man sie nicht packt, ne? Außer das Gold, wenn man dann oben wieder beim Raumschiff erscheint. Na gut, versuchen wir es mal. Vielleicht wird's ja was, ne? Vielleicht kriegen wir auch die leichteste Herausforderung aller Zeiten. Könnte ja auch sein. Okay. Ah, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Die kenn ich! Ich kenn den! So, Entschuldigung, ich hab mir die Nase geputzt on stream. Schrecklich, ne? Okay. Immer schön mit Timing. Nicht wie die alte Fasnacht. Jawohl. Und immer, ja, nach einem Sprung abwarten, weil... Das Timing ist halt hier wirklich so gemacht, dass du da nicht durchgehend durchrennen oder springen kannst. Das kommt halt immer gleich schnell genug wieder hier runter. Hier ist es gut, wenn man den Ball hat, dann kriegt man hier Scheiße, nämlich die Bonus-Belohnung. Ja, Scheiße kriegt man auch. Also oft genug ist es Scheiße, die man kriegt, ne? So, ne, aber dann kommt man hier dran, ne? Zweieinhalb Pixel, ja, okay. Ich meine, im Moment brauch ich sie ja wieder. Ich brauch ja dann eine Batterie, ne? Und was war es noch, was ich brauchte? Noch neun weitere Silicon-Boards, ne? Ach, wie war das? Ich wollte den Mac bemühen, wenn ich hier raus bin, ne? So, hier ist Timing jetzt ein bisschen anders. Huh, da hab ich gerade noch abbremsen können. Feuer ist halt so ein Ding, ne? Feuer tut Aua. Damage over time und so, ne? Das kann einem zum Verhängnis werden, wenn man hier nicht gut geheilt ist und so und ja. Okay, das hier ist auch so eine Timing-Sache, aber hier mit dem Multi-Jump eigentlich kein allzu großes Problem. Zip, 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 zip. Ah, ne Tech-Card, äh, was ist das? Granatwerfer mit 17,1, weg damit. Und eine Oboe. Gut, und wenn wir sie nicht gebrauchen können, wird sie verkauft und so und ja. Wie gesagt, wenn ich die großen Container bauen kann, dann sortiere ich daheim nochmal richtig um. Auf nach oben, weil wir waren ja ziemlich weit unten. Ich glaube, ja, da war ja schon so viel an Kernfragmenten und so, da waren wir ja schon, glaube ich, ziemlich am unteren Ende. Also fast so weit unten, wie es ging und deswegen dauert jetzt der Rückweg halt auch entsprechend. Aber das ist wohl der leichteste Teil. Guck mal, noch ein Fossil, das haben wir bestimmt... Das haben wir schon gescannt, echt jetzt? Das sah so selten aus, äh, ja, das sah so selten aus. Es kam mir auf jeden Fall nicht so bekannt vor, also nicht für den Weih, ne? Okay, bitte hier nochmal die vier Dura-Steals, danke. Brauchen wir für die nächste Rüstung, da haben wir doch jetzt auch einiges dabei, ne? Und jetzt wirklich Zeit, dass man zurückkommt. 225, geil, Lomat. Das könnte reichen, natürlich nicht für die späteren Mech-Upgrades, aber für die nächste Rüstung und so. Und das Tisch-Upgrade vor allem, ne? Ach, guck mal, wenn wir schon mal da sind, guck noch hier rüber. Okay, nichts von Interesse zu sehen. Zip, zip, zip. Ich muss wieder auf den normalen Double-Jump zurücksetzen. Der ist halt doch ein bisschen bequemer. Hat der Säure, äh, der Säure, der Seuche schon rechts, so. Bürst, Bürst. Komm, weg mit dem Gravel. Ein Gravel brauchen wir nicht. Wir sind hier schließlich auch nicht bei L'Oreal mit seiner Melosie, ne? Ähm, na. Ja, das war gestern, äh, Joghurts, Baseballs. Komm, putz das mal weg, dann haben wir hier einen besseren Überblick. Ja, ich glaube, das ist die beste Stelle, wo wir den einsetzen. Das hier ist auch gut. Und wir haben drei von den Einzelschabern, okay. Okay, dann ist hier drüben bestimmt noch ein Knochenteil. Nein? Ach komm, dann haben wir, ja, haben wir doch. Ja, okay, ich krieg die Kiste eh nicht mehr raus. Das hätte er sich selbst errechnen können, der Computer. Hat er aber nicht. Ein Menschentorso, yay. Also sowas wie von dir, ne? Also ich weiß schon, was passiert, wenn du auf die Schnauze fliegst. Klappe, Wyatt, du hast gesehen, meine ersten Schritte, die habe ich sehr wohl bewältigt und die nächsten Schritte, die siehst du bestimmt auch irgendwann. Ja, ja, bin ich mal gespannt drauf, wenn du das erste Monster mit 72 müsse scharfen Zähnen in der Fresse siehst. Dann reden wir weiter, ne, wenn du das überlebt hast. Ja, danke, Wyatt. Du weißt aber schon, dass wenn ich draufgehe, das auch heißt, dass deine Show nicht weitergeht. Verdammte Scheiße, jetzt willst du mich noch dazu bringen, dass die am Ende noch health, oder was? Das habe ich nicht gesagt, Wyatt. Ich wollte das nur zu bedenken geben, weil du dich gerade so schadenfreudig gegeben hast. Ja, wollte ich direkt mal Paroli bieten. So, wir haben bald unsere ganzen Pinsel weg, ey. Und das jetzt von einem Tauchgang, Tauchgang? Von einer Grabungsrunde unten in der Mine. Da, 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 da. Wir haben vier Hämmerchen, zwei Bohrer, zwei Stößel. I don't know if me likes that. Ja, nein, 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 nein. Da ist ein Stück Knochen dabei. Ah. F-U-C-K. Ja, ich glaube so und so. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal näher dran. So und so. Und ich glaube, das könnte schon reichen. Mit etwas Glück. Jawohl. Hey, da kriegen wir sogar die Kiste noch raus, ne? Haha. Wow, hättet ihr damit gerechnet? Also ich, naja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ein Autochip? Okay, können wir auch mal sammeln für die Hoverbikes und so, ne? Na ja. Wie gesagt, die Hoverbikes finde ich nicht so praktisch. Ein Säbelzahntiger-Skelett. Ich muss mal den Schener fragen, ob er zuletzt auf einem fremden Planeten unterwegs war, ne? Und ob er ein diabolisches Honk-Honk-Honk obens aus dem Orbit gehört hat, begleitet von einem dämonischen Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga-Chugga. doch keiner haben da ist stone rabbel dann mach mal hell hier ein paar pixel noch ein paar pixel kommen gucken wir mal was oben im dachgeschoss ist auch wieder nur ein kristall ich glaube manchmal kann da auch eine kiste drin sein so was ähnliches habe ich zumindest schon gesehen und eine kiste kann sich mit ihrem inhalt weitaus mehr lohnen halt wie so ein kleiner kristall nicht dass ich kristalle beleidigen möchte aber weit können doch mal wieder was essen aber nix so gehaltvolles wie seine schokolade müsste reichen vorerst ok sieht doch eigentlich ganz gut aus ist gerade die nacht angebrochen oder haben wir hier eine höhenschwelle überschritten weil die musik sich ändert manch kann ja mal im hintergrund weggraben aber zum bieten geht es hier noch nicht mehr sind wir also noch nicht hoch genug da kommt noch ein stück höhle weil ich erkenne diesen hintergrund moment mal moment mal besondere steine und eine kiste mit manipulator modul gut nehme ich doch gerne mit verdammt mir geht das ist schon auf den geist dass ich hier mit so einem anfängerwerkzeug rumrennen muss ich hatte doch schon mal besseres ich weiß weit aber das war vor saison wechsel verdammt warum muss ich eigentlich mit dieser scheiße noch mal anfangen damit die leute sehen wie du dich nach oben gearbeitet hast ne wie dago badak der sich da am klondike dann ein goldenes nähschen verdient hat jetzt wirst du mir wirklich mit einer geschichte von irgendeiner blöden erden ente kommen man du hast echt wie dein arscht verdient wow ruhig gelbe ich habe ja auch extra eine flasche whisky für dich dabei ja aber das bringt mir jetzt einen scheiß ich habe hier unten du machst dich lustig über mich nein weit ich wollte dir nur erklären wie der hergang natürlich dann für die zuschauer so ein bisschen verständlich wird weißt du deswegen bin ich doch hier der creative director ne ich gucke dass das alles irgendwie ein bisschen zusammenpasst und baue halt auch ein was irgendwie sinnvoll erscheint redwarsch weiter ich höre schon lange nicht mehr zu na immerhin hast du hier schön gegraben ne das müsste doch jawoll schon wieder gelungen wow und ein fisch fossil das hat sich ja echt gelohnt oh mein gott ich will euch nicht sagen wie viele fisch fossile ich schon gefunden habe ich mein klar das ist so ein anfänger fossil findet man wahrscheinlich mit gesteiger der chance und wenn man alle finden will hat man es doppelten dreifach okay ach komm hier nimm gerade noch die pflanzenfasern mit wobei wenn wir jetzt ja auch bald die die fluffelosen alles haben die geben ja auch pflanzenfasern dann haben wir noch die farben die auch ab und zu eher selten dann noch ein bisschen was herausrückt das war in der beta mal mehr glaube ich da kannst du bei jedem erntevorgang pflanzenfasern mitnehmen oder bei jedem zweiten spätestens würde ich sagen und jetzt ist das bei weitem nicht mehr so viele kriegst du auch nicht mehr so viele samen sprich du musst dir mehr samen zusammensuchen oder irgendwie kaufen oder so samen konnte man auch bestimmt auch kaufen bei bestimmten händlern das werde ich euch dann hier wieder einblenden weil ich glaube schon dass man die samen kaufen konnte muss man halt so ein gemischtwaren händler finden der will mich schon wieder gesehen haben die haben echt gute augen die viecher aber die hände ich sag ja nur kommst nicht an bibis kann doch nicht mal sauber machen ich will nicht wissen was das für ein verknoschtern das etwas ist juhu ossel red nicht darüber doch doch es gibt leute die mögen ekelhaftes geknoschtern okay da ist sand ich glaube ich buddel mich mal durch den sand hoch noch eine banane da ist wieder was verfallen egal gut gut komm hier noch die schokolade das hält wieder vor eine weile will ich den kupfer mitnehmen dann nehme ich den kupfer mit und ich will da hoch in richtung dieser ruhe ich verziehe die maus warum verziehe ich die maus muss ich mir erst wieder was spritzen na habe ich mir selbst schon mal was gespritzt ja tatsächlich ich brauchte mal irgendwie bauchspritzen für nach irgendeiner op war das glaube ich damit da alles gut heilt ne ich glaube das war nach der blind am op ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das war es gibt mir da bauchspritzen ich weiß es nicht so einfach in den pans voll rein so in den obersten bereich und ja meistens war deshalb damals meine mutter die mir die spritzen gegeben hat sie mag es wenn man sachen mit nadeln in die obere hautschicht jagt da muss ich sagen in den pans ehrlich gesagt da spürst du kaum was also ich habe eigentlich so gut wie gar nichts gespürt meistens weil du merkst schon natürlich da ist was aber es hat noch nicht mal irgendwie wehgetan also du würdest ja denken dass wir vielleicht erst mal so ein brennender schmerz oder so ne aber hier in die bauchdecke also ich muss sagen es war irgendwie so ein bisschen wie in den arsch ne da merke ich auch nix weil sitzfleisch und so ne ach ja und über weitere sexuelle fetische reden wir beim nächsten mal auf wiedersehen nein obwohl vielleicht ist ja hier grad zeit zum schneiden oder zeitgewehr ich mag das nicht wie mich das verfolgt weil die gesundheit war auch gerade ein bisschen ja komm komm bau hier weg beam rüber und ja erst mal ein bisschen durastil noch verarbeiten weil wir werden die barren auf jeden fall brauchen protostall genau ich wollte ja nach den tierchen gucken die waren schon komisches geräusch ja die werden alle schon geschlüpft sein sozusagen aber sie geben noch nichts im moment schade muss ich noch ein bisschen warten naja ok kein ding kriegen wir hin also wachstet und vermehret euch und so weiter das wäre doch was wenn die sich selbst vermehren könnten obwohl dann hättest du vielleicht auf der kolonie früher oder später ein problem ne außer du würdest da einfach kaufen wer weiß schon wer weiß schon wie man das so macht ich habe vergammeltes essen das kommt hier rein habe ich hier auch zucker reingelegt ne sieht nicht so aus ne auto chips bitte auch hier rein ja 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 15 manipulator module da brauchen wir 32 da brauchen 48 da brauchen wir 12 die verlängerung ne ne die hebe ich mir lieber bis zum schluss auf außer ich bin mal wieder irgendwann irgendwo zu ungeduldig wenn man dann sehen bekommen und ich werde alle spitzhacken verkaufen bis auf die diamant hacken die könnten im moment noch nützlich sein die anderen glaube ich das lohnt sich nicht mehr welches sind die bandagen die ich behalten darf wo mache ich eine bandage brauche ich eine arzneimittel tisch okay aber das hier unten nein ich will das nicht alles verkaufen okay gehe ich erst mal verkaufen mit euch noch gucke ich mal ja dann werde ich eine batterie noch gleich mitnehmen und mal gucken silicon boards kann man ja glaube ich auch kaufen aber eigentlich wir müssen doch genug mac missionen machen ob die kaufe ich dann nicht direkt ich schaue nur mal interesse halber ach ach die tech cards die reichen ja jetzt vielleicht hätte ich auch gucken sollen es fällt mir immer erst ein wenn ich schon hier bin so 2624 ja kommen und das reicht eh nicht für viel servus leute wie geht's tschüss leute wie ging's so konnte ich hier nicht silicon ding nein könnte ich nicht kaufen oder erst später ich weiß es nicht war der meinung man könnte es kaufen egal habe ich jetzt mal die batterie dabei und der rest der muss ich dann gezwungenermaßen einfach wann anders finden lassen ja was hat denn der terramat electric fluffer habe ich sowas auch schon ich weiß nicht verlegt die statischen zellen aber ich habe nicht mehr viel geld kommen das hebe ich mir immer noch auf was ich im moment an pixeln habe ja aber die tech cards bitte noch mal schnell gucken denn das rennen hätte ich schon sehr gerne damit kann man auch gut flüchten zwölf das müsste doch genau reichen oder täusche ich mich da ich hoffe mal nicht wie der to stop teleshop wie sich gehört und mit etwas glück sind wir gleich wieder um eine weitere tech reicher wenn das spiel sich dazu bewegen würde ja mal zu laden ich habe mich eben schon gewundert warum das so lange gedauert hat es waren bestimmt die pisoas hier ne die brauchen halten großen rendering aufwand im moment hat er diese space ja kommt für weit das braucht er mal wieder hier und das sol modell genau lift off sieht horizontal chair like a captain's chair ach so ja wie beim space shuttle ja natürlich ich verstehe schon ich weiß schon wie das passiert usa meiner hast du ihm was spezielles hat immerhin schon die duras steelbacken so bitte die tags nein spikes hier und hier bitte den sprint genau und hier den normalen puls jump genau haben wir jetzt wieder alles ne ja ja alles genau so wie es gewohnt bin weil so ich finde das ist einfach das nonplus ultra da können die anderen tags eigentlich einpacken dagegen so und ich glaube gleich werde ich mal wieder ablegen müssen das mache ich dann natürlich wieder offscreen ja gut ich glaube ich mache das mal und wir sehen uns dann gleich wieder bis dann ja ja berühmte letzte worte wir sehen uns gleich wieder hätte dieser ossel nur gewusst dass das die perfekte stelle zum schnitt war hat auch wirklich beim schneiden mit der folgenlänge und so weiter einwandfrei aufeinander gepasst nun gut ich fasse zusammen wir sind jetzt wieder an der oberfläche beim nächsten mal wird es wahrscheinlich ein bisschen herumgefliegen mit dem mech geben unsere weiteren fortschritte sind wir haben jetzt diese kleine proto farm diesen kleinen dreck pool wo man hat die eier rein betoniert haben ne und die viecher sind mittlerweile schon geschlüpft also das nutzviech ne der wight kennt das bestimmt noch von seinem onkel billy ray rob harshal everall young cock mac allister ich hab verdammt noch mal keine meiner familie der so einen beschissenen namen hat ist ja gut weit ist ja gut ich wollte nur wieder mal anspielungen auf deine landwirtschaftliche herkunft machen aber es tut mir leid das hätte ich nicht tun sollen ist ja verdammt noch mal besser so du verdammte knirsch also das nächste mal bei starbound entschuldigung bei der wyatt show arschtritte im weltraum tun sie da genauso weh oder noch mehr autogramme kosten 100 credits mit